Mein Name ist Felix Holland, vom Beruf bin ich Lehrer für Krankenpflege und bin freigestellter Personalrat an der Sozialstiftung Bamberg. Ich bin seit 2014 im Stadtrat und Bamberg liebe ich, weil ich hier geboren bin, aber nicht aufgewachsen, aber nach etlichen Jahren bin ich zurückgekommen nach Bamberg und habe eine sehr tolerante und weltoffene Stadt vorgefunden.